Ich würde sagen, richtige Periode wäre ja, wenn auch ein Eisprung da wäre, ja, dann würde sie auch wieder schwanger werden können. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, also das kann man jetzt schon mal ausschließen. Die Situation, die die Patientin schimmelte, mit wiederauftretenden Blutungen nach dreijähriger Arminorö, Brustspannen.